Oh, wir sind doch auch nur als Mensch, Knochen und Fleisch, ein Herz verschlägt, Seelen und Geist, einfach nur Mensch. Für eine Sekunde haben sich die Blicke gestreckt, und sie haben nicht mehr den Moment voll geprägt. Ich wusste gerade, dass etwas passiert, und ich weiss noch nicht genau was. Und wir sind ein Erdmann, wir haben Glück als Verstand, und kippt aus nichts plötzlich aus dem Rand und Band, und dreht ihm die Kleine Sonnegrund, elektrisiert, und ist glücklich einfach so. Wir gehen los wie noch nie... Der Flieger durchgeht auf. Grossartig. Das sieht nach einem Pilot aus. Ein Privatpilot. Wow. Das ist sie, Natascha. Oh, wow. Herzlich willkommen. Merci. Und jetzt kommen noch mehr Leute raus. Jetzt frage ich zuerst, die kenne ich natürlich, aber jetzt frage ich zuerst in die Runde, wer sonst noch alles mit dabei ist. Ich bin Pilot von Henna Music. Freut mich, ich bin Lukas. Sehr schön, habt ihr einen guten Flug gehabt? Fantastisches. Super, sehr schön. Und du? Turmenechelo, Ujju. Ujju, sehr schön. Und dir übergebt mir jetzt Natascha für ein paar Sekunden oder Minuten. Super. Ja, jetzt fühle ich mich, dass ihr schon hier seid. Wow. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, dass du so ein schönes Flugzeug hast, eigentlich hätte ich Lust, mit dir jetzt eine Runde zu fliegen, oder zumindest in diesem schönen Flugzeug in unser Gespräch zu führen. Da musst du natürlich den Henna Pilot fragen. Würdest du mir das? Das wäre eine super Idee. Heute ist nichts schöneres als in Luft zu sein. Super. Also wir gehen sicher mal in den Flugzeug hinein. Super. Ich bin sofort dabei. Perfekt. Darf ich dich begleiten? Okay. Wow. Ja, Natascha, es ist ja unglaublich. Also es ist 24 Jahre her, als wir uns das letzte Mal begegnet sind. 24 lange Jahre. Weisst du noch, wo das war? Natürlich, im Emitau. Ja, genau. Gründung, Kurzversuche, Radio M. Und ich muss dir eine Geschichte erzählen, die ist mir bis heute geblieben. Du bist zu uns im Studio gekommen, im Kurzversuch. Du hast dann gleich Sternenthaler, glaube ich. Sternenthaler? Ja, natürlich. Genau. Du bist noch vom Kanton geehrt worden, wegen besonders sinnvollen Texten. Ich weiss nicht mehr genau, wie es heisst. Äh, besonders wertvollen Texten. Genau. Und ich weiss noch, du bist zu uns im Studio gekommen, im Kurzversuch. Wir haben dir natürlich selbstverständlich einen Kaffee oder einen Tee angepottet. Das weiss ich nicht mehr so gerade. Da bin ich ganz sicher. Und du hast aus dieser Tasse getrunken und hast einen Abdruck von deinen wunderschönen Lippen auf dieser Tasse hinterlassen. Ja. Die Tasse haben wir gehütet, wie unser Naugabe. Nein, ich merke. Also wirklich, ich habe diese verteidigt bis auf das Blut. Ist das schön. Und da haben wir gesagt, das sind meine Tasse und die hat mich Jahre begleitet. Jetzt habe ich sie leider nicht mehr. Aber 24 Jahre ist es her. Und du bist ja schon viel, viel länger unterwegs. Ich glaube, es sind fast 30 Jahre, als du unterwegs bist mittlerweile. Ja, also ich denke, so mit Erfolg. Oder wie sagt man dem? Erfolg spielt ja keine Rolle. Kommt ja nicht auf. Verkaufte Zahlen von den CDs. Ja. Musik mache ich seit 16. Also sicher schon länger als 25 Jahre. Wahnsinnig. Und ich habe natürlich wieder etwas recherchiert über dich. Ich habe gelesen, du hast Hörbücher gemacht. Du schreibst deine Songs alle selber. Ja. Du bist natürlich eine Sängerin. Also da kennt man dich natürlich in der ganzen Schweiz. Nicht nur in der Schweiz. Es ist ja jetzt sogar über die Schweizer Grenze hinausgegangen. Über das reden wir dann auch noch miteinander. Genau, genau. Die grosse Freunde. Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Und wenn ich das so schaue, du bist noch Mutter von zwei Jungen. Sag mal, wie bringst du das alles unter einen Hut? Also permanent unterwegs. Kinder haben, Mutter sein, Ehefrau sein. Wie machst du das? Ja. Also da muss ich sagen, dass ich natürlich immer von Anfang an wahnsinnig Glück hatte. Gute Leute an meiner Seite hatte. Weisst du, meine Familie. Und dass ich einen guten Boden hatte. Und dann, weisst du, gegen aussen sieht man es immer etwas anders. Oder von aussen sieht man die Bilder und gehört zu uns. Und ich erlebe das ja noch nicht zu viel. Dass Leute sagen, Oh, jetzt habe ich gerade gehört im Radio oder in einem Heftchen gesehen. Und dann meinen sie, wir sind gerade dort gewesen. Oder auch quasi wie Furt. Mhm. Aber bei uns Musikern ist es ja so, dass es immer die Phasen gibt, dass du einen Saalpunkt produzierst. Und dann gibt es die Phasen der Tournee. Und mit der Zeit, ist das wie in anderen Prüfen. Du lässt damit umzugehen. Und dann auch eine Struktur aufzubauen, dass das für alle stimmt. Und für mich war immer das Wichtigste, meine Gielen. Meine zwei wunderbare Gielen. Und Familie. Und natürlich auch die Musik. Aber ich habe das Besitzen gut können. Irgendwie. Nebendran. Immer durchmachen. Was hast du denn geträumt? Vor einer Karriere als Sängerin? Ja, natürlich. Wie ist das ein Traum gewesen? Der mit einem Zangebürstchen im Bad. Wir hatten ein super schönes Bad, wo ich aufgewachsen bin. Mit hellblauen Blättchen und schwarz. Und es war ein irrsinniger Hall. Und ich weiss noch, dann hat man noch gebadet. Wenn man am Samstagabend eine Fernsehshow geschaut hat, irgendwie einen coolen Kampf von uns gesehen. Ich habe es ja auch im coolen Kampf, genau. Und dann mussten wir alle baden und dann in den Salon. Das weiss ich noch. Das hat mich aber schön getücht. Wie man die Stars sah im Fernsehen. Nachher in diesem Bad, schon unvergesslich, schon mit zehn oder zwölf, habe ich mit dem Zahnpasta und dann gesungen. Die ersten Songs habe ich mit elf übersetzt. habe ich sogar in Blättern noch von denen. Und ich habe schon immer, und mit 16 habe ich dann die erste Bände natürlich. Das war schon etwas Wichtiges gewesen. Aber ich glaube, auch meine Freundinnen, die sagen, ich nehme heute noch Höhe. Sie haben gesagt, ich wollte immer ein Theater nehmen, weil ich im Esterix so einen coolen Raum hatte. So mit vielen Tüchern und so. Und ich habe es selber genötigt, zum Theater nehmen. Hast du noch Kontakt mit deinen Schul-Kolleginnen und Kollegen? Ja. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, Verbodenhaltung zu behalten. Weil also im Erfolg, wenn es Zeiten gibt, wo man nicht so Erfolg hat, das gehört ja auch dazu. Das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht so wichtig. Das ist es umso wichtiger, die Leute zu haben, die wir kennen. Also kürzlich etwa vor einem halben Jahr in einem Interview, habe ich etwas gesagt, das absolut stimmt. Also es kam mir so spontan in den Sinn. Und ich habe das eigentlich so beschrieben. Wenn du zu jemandem kannst, wo du den Kühlschrank auftun kannst, das sind eigentlich die Leute, die nahe sind. Und die sind wahnsinnig wichtig. Und das lernt man erst, nach einem aufregend zu sein. Wie wahnsinnig ein schönes Gefühl das ist. Und es gibt eigentlich wenig. Wie viele Leute kannst du einfach den Kühlschrank aufmachen? Von den Kühlschrank? Ja, nicht so viel. Oder anders gefragt, wie viele können das bei dir? Ich habe im Moment keinen Kühlschrank, aber... Aber mit denen hättest du wie viele? Bei mir könnte viel. Also ich rede natürlich nicht vor Familien. Die sind ja ehem im Herzen und haben mein Lieb. Das ist kein Problem. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist vielleicht auch eine Alterserscheinung, die positive sind. Dass man merkt, was einfach wichtig ist und was zählt. Und das sind auch die Freunde, die man hat aus der Jugendzeit. Weisst du, wo man zunen kann, ob du jetzt mega erfolgreich bist oder ein Bild oder ein Interview ist gekommen, wo man selber vielleicht nicht mal so zufrieden ist. Und dann sagen die, ja, Sascha, das ist kein Problem. Nein, das ist ja schon lieb. Ich denke, wir sind alles Menschen, die Gefühle haben, was wichtig ist, dass man, wenn man das Gesicht gegen heraus trägt, wie man Texte, wie das Leben ein bisschen tun, dass man dann einfach Leute hat, die an der Seite sind. Egal, ob gut oder schlecht. Ich denke, das ist eines der Geheimnisse, wenn man das Glück hat, eine Karriere zu machen, die irgendwie stabil ist. Ist das mit der Grund, Natascha, dass du selbst ein Musiklabel gegründet hast? Also, Hena ist ja dein eigenes Musiklabel. Zusammen natürlich. Genau, mit einem Partner. Ja. Hast du das gegründet, weil du beschissen worden bist? nein, überhaupt nicht. Nein, Madonna hat das schon vor 15 Jahren gemacht. Das ist eigentlich üblich. Und die Geschichte, die ich vorhin erzählte, ist schon lange, lange her. Okay. Ist gar nicht das Thema. Nein, heute ist das, denke ich, sehr wichtig. Weisst du, mit dem Digitalen, ich habe vorher eine nice Musik gehabt, aber jetzt mit der Partnerschaft, die wir Hena Music gegründet haben, ist schon mit den Menschen, die ich schon lange, lange kenne und die wir schon lange auch etwas haben wollen. Aber das ist echt eine Rahmenbedingung der Musik. Aber das Zentrum ist natürlich schon in allem, weisst du, auch in der Band, oder überall, dass du die richtigen Leute hast. Und die Erfahrungen, die wir angesprochen haben, ich glaube, es gibt keinen einzigen Musiker auf der Welt, der das nicht schon erlebt hat. Aber es ist auch wieder Liebe. Da gibt es auch manchmal Momente, die ein bisschen schwieriger sind. Und es gibt dann immer halt diese Momente, gut zu überstehen. Und, dass ich mit meiner Musik sicher für viele Leute einen kleinen Wegbegleiter sein kann, ist für mich eine Riesenfreude. Du bist ja über die Landesgrenzen in mehreren Sinnen tätig. Du bist Sprachrohr, glaube ich, für ganz viele Botschaften auf der Welt, in der du aufgetreten hast. Du warst ja. Genau. Und ich habe gelesen, du bist dort sogar mit der Eigenheit, dass du meistens den Refrain sogar in dieser Landessprache gemacht hast. Unglaublich. Heute bist du aber wieder über die Landesgrenze heraus bekannt. Und da habe ich mich auch gefragt, wie machst du das? Du bist ja Mundart-Sänger in Italien, seit mehreren Wochen Platz eins. Ja, italienisch. Also unglaublich. Ich habe die Saison selber geschrieben, die meisten komponieren. Ja. Und mein Wunsch war immer, ich habe mit Eros Ramazzotti gespielt, mit vielen internationalen Künstlern spielen können. und mein grosser Wunsch war eigentlich immer, weil ich bin riesen Fan von Italien. Und mein grosser Wunsch war eigentlich immer, dass italienische Sänger Eroso di Zucchero oder Laura Balsini ein Song sind von mir. Und ich habe dann in den letzten paar Jahren so ein wenig versucht, meine Songs, weil ich ja sieben Songs zu der grössten Schweizerin zu hören, dann habe ich mich durchgemeint, Italiener sind ja nicht anders als mir. Und ich liebe die italienische Sprache und Ausigung. Und dann habe ich die Gang, den Management geschrieben. Also ich, ich sage immer ich, Natascha, meine Gangsprojekte. Ja, ja. Wir haben mehrere Leute. Und dann, ich weiss, wie es bei mir ist. Ich bin bei Universal, man wird auch immer beschützt. Es ist nicht ganz einfach, zu einem Künstler zu kommen. Und dann, er fragte mich, so ein junger DJ von der Schweiz, er würde gerne einen Song machen in Italien, ob er einen von mir Und dann haben wir letztes August mit dem Ersten gestartet. Sie sind gerade auf Platz 1 gekommen. Also ich singe auch noch drauf auf italienischem Tülen. Minangi heisst. Genau. Und jetzt haben wir, der Zweite ist auch gerade am Laufen ziehen, glaube ich die siebente Woche. Und wir haben wirklich wahnsinnig Freude. Und Italien allein reicht dir ja nicht. Du bist sogar noch auf Amsterdam, also auf Holland. Das ist ja wahnsinnig. Aber weisst du, es ist jetzt eigentlich nicht speziell, weil ein Song natürlich so erfolgreich ist in Italien. Ja. Wir sind jetzt auch in Spanien in den Charts und in Danimark und so. Aber es ist jetzt nicht wahnsinnig speziell, wie in so einem grossen Land geht die Songs, Nährleiter. Mhm. Es ist eine andere Ausgangslage als Schweiz, oder? Die Schweiz ist so ein bisschen eine Insel. Ich bin natürlich dankbar und wahnsinnig dankbar, was ich bis jetzt machen konnte. Auch in der Schweiz. Und dass ich dann so als Erste so erfolgreich starten konnte, denke ich, bin ich wahnsinnig dankbar. Aber Möglichkeiten natürlich international zu arbeiten, das merken wir jetzt schon seit zweieinhalb Jahren. Das ist irgendwie eine ganz andere Welt. Und das witzige ist, das ist ja überhaupt nicht verbunden mit der Schweiz. Mhm. Das ist ja auch etwas, das ich vorher niemals hatte. Und das gibt einem auf der einen Seite eine wahnsinnige Freiheit. Das glaube ich. Ich habe zu lange genug Karriere in der Schweiz. Ja. Und dazu kommt noch, dass meine Buben mittlerweile erwachsen sind, gell? Ich habe mich hundert Prozent meiner Leidenschaft von Songs schreiben komponieren und ihrer Musik widmen. Und das muss ich sagen, ist die ganze Sache. Was sagen deine Buben so über dich? Wenn man sie jetzt fragt, was ist deine Mami für Neb? Was ist das für eine? Die lieben mich. Das glaube ich. Das weiss ich ja. Die lieben mich von ganzem Herzen. Müsstest du sie selber fragen? Das mache ich mal. Das holen wir vielleicht nachher. Genau. Wir hatten ein ganz schönes Interview in Frankreich, wo sie meinen Söhnen gefragt haben. Nicht mich. Ah, okay. Das hat eine ganz coole Form gemacht. Ja. Das ich, wie soll ich sagen, nicht einen selber frage, sondern die engsten Leute. Das hat mich übrigens ganz schön gemacht. Was soll ich dir sagen? Ich weiss es. Ich liebe sie. Und sie liebe mich. Und wir haben ganze Songs zu beiden, zu Simi wie zu Emanuel. Und sie zählen mich manchmal etwas aus, weil sie zählen mich noch jetzt aus. Für die erste Story von der Schweiz Illustrierten sagen sie immer immer, hätten sie Leggings anlegen. Das gehöre ich natürlich immer. Nie vergessen. Nie vergessen. Und die Sünden gehöre ich natürlich ab und zu. Aber ein Mal hat mir der Emanuel und der Simi auch gerade erzählt, als ich zum ersten Mal auf Platz Heiserie in der Parade war, mit Sternthaler. Übrigens, als wir uns gekannt haben, haben wir eine riesen Party gemacht. Dort, wo ich wohne. Bei Burgdorf. Und dann sind natürlich alle Musiker. Musiker sind der Puls gewesen, bis am Morgen um drei. Also im Sommer war es eine Sommernacht gewesen. Und das erzählen sie, wie sie auf dem Balkon haben, dem Geschehen zugeschaut. Wow. Aber ich dachte, ich hatte ein ganz gutes Umfeld, wo ich klein war. Und dort, wo ich wohne, muss ich sagen, die Leute waren ganz cool. Die haben uns immer gedreht. Und immer Freude und Respekt an der Musik. Und auch bei Sitzen muss ich sagen, es ist eine von meinen Hauptsitzen, wo ich wohne. Hören deine zwei Jungs deine Musik? Ja, sicher nicht jeden Song. Aber wenn ich höre, z.B. Emanuel, der macht noch DJ noch. Ja. Wenn er Freunde eingeladen hat, er ist noch Snowboarder, und dann hören sie Musik, plötzlich höre ich, wow, ist ein Song von mir. Schön, das tut sicher gut. Ja, es ist wunderschön. Natascha, du hast es selber gesagt, du bist schon fast 30 Jahre unterwegs. Und es ist ja auch gleich das Showbusiness, es ist ja auch gleich ein Business, das ganz viel auf Optik, auf Erscheinung schaut. Ist das etwas, was dir etwas Angst macht mit zunehmendem Alter? Dass du sagst, vielleicht passiere ich gar nicht mehr. Also wenn ich mal 80 bin, ich weiß nicht, will da noch jemand eine Oma auf der Bühne sehen. Ist das etwas, was dir etwas Angst macht? Wie soll ich es dir sagen? Das Alter ist sicher ein Faktor, der bei mir nicht anders ist. Ich bin bei anderen Menschen, wenn man so Geschichten gehört, so einsam und Alter verlassen. Also diese Sachen, oder Krankheiten, wo ich riesen Respekt habe davor. Aber sonst hat das Alter für mich auch nie eine Rolle gespielt. Also ich weiss, wenn ich so mein Leben zurückteilen kann, ich hatte mit elf schon das Gefühl, ich möchte Songs schreiben. Ich wollte nie Kinder. Ich habe immer gedacht, ich habe so ein Ämtchen gehabt. Ich musste zu Meyers Modenblatt jeden Monat Geld einziehen. So mit 14. Weil mein Vater sagte, ich müsse etwas lernen, dass man Geld verdienen. Und dann musste ich immer am Mittag gehen. Es gibt es auch heute nicht mehr. Man musste die Versicherung einziehen. Und dann habe ich immer die Mütter gesehen, die so Türen auf Türen so runtergekämpft hat. Und die kleinen Kinder mit den Winkeln. Ich habe immer gesagt, ich wollte niemals Kinder. Mit 19 bin ich die glücklichste Mama geworden. Mit 19? Ja, knapp 20. Also war es ein Unfall oder geplant? Nein, nein, nein. Es ist ja geplant. Ich wollte nur sagen, wie sich viel verändert und die Zeit dann richtig ist für etwas. Das wollte ich sagen. Und ich denke auch, mit dem Alter ist das genau gleich. Ich habe das Gefühl, dass man genau spürt, wenn das was ist. Und ich habe so viele wunderbare Künstlerlehrer kennen. Jedem Alter, ob sie junge sind oder ältere. Das spürte ich überhaupt keine Rolle. Es kommt auf die Aussage darauf an. Und ich bin sicher, da hat man einfach das Gefühl, dass man spürt, wenn das was richtig ist. Und darum spielt für mich das Alter auch bei niemandem sonst eine Rolle. Ich habe ganz junge Musiker, ich habe ältere Musiker, Leute, die mich schon in meiner Crew begleiten. Die Leute teile ich schon auch 25 Jahre in unserem Kernteam. Und das ist eigentlich das Beste. Gibt es etwas, was du, wenn du gerade so die Möglichkeit hättest, gerne würdest streichen aus deinem Leben? Und sagst, auf das bin ich nicht so wahnsinnig stolz, dass ich das gemacht habe. Oder das hätte sich einfach nicht mehr gegeben? Ja, vielleicht. Uh! Gibt es etwas, was du gerne streichen würdest? Nein! Nein! Also sehst du es jetzt einfach nicht? Nein, nein, nein! Es gibt zwei, drei Interviews, wo ich etwas emotionell traurig war. Wo ich manchmal denke, es müsse es nicht zwingend sein. Aber in unserer digitalen Zeit ist es fast nicht möglich. Aber eines, wenn du mich jetzt fragst, gibt es nur eines. Vielleicht so im 2000, wo ich mal eben so die Musikszene so hartes Chor habe lernen können. hätte ich weniger lang traurig sein müssen oder weisst du den Schmerz zu haben. Das bereue ich nicht. Das bereue ich nicht. Das bereue ich falsch gesagt. Dort hätte ich nach zehn Monaten sagen können, so wie es war. Weil es geht allen genau gleich. Du musst diesen Lehrplatz machen. Nur dann machst du die weiteren Schritte. Wenn du stark für einen solchen Approach sein willst, braucht es einfach die Erfahrungen. Aber wenn ich mit der Musik angefangen habe, gerade weil du jetzt so sprichst, dass ich schon so lange im Business bin, dann konntest du nicht ins Internet schauen, wie etwas geht. Heute, wenn jemand bei einem Format mitmacht und nicht weiss, was dann passieren kann, hat er auch sonst keine Chance. Wenn du jetzt zurück schaust, Natascha, mit deiner Musik, was glaubst du, was hast du bei den Leuten bewirkt? Das ist echt das, was mir seit über 20 Jahren fast täglich entgegengebracht wird. Wenn ich mal einkaufe, was eher selten ist, dass eine Frau, wenn ich nur Danke sage, mir anschaue und sagt, oh Natascha, das Lied hat mich begleitet. Leute, die mir aus dem Spital schreiben, sagen, gib niemals auf. Dieser Song hat mir durch die ganze schwere Zeit gedreht. Das finde ich ganz schön. Das ist etwas, das ich immer, immer wieder spüre. Weil banddeutsche Songs lieben die Leute. Auch wenn man Englisch, ja auch Englisch gerne, Italienisch. Keine Frage. Aber das ist einfach etwas von zu Hause. Es ist näher. Es ist näher, oder? Es gibt niemanden. Ich habe noch nie jemanden kennenlernen, der eigentlich, weil er Mundartige nicht gerne hat. und ähm, und ähm, ich denke, für mich ist das ein Riesenwert. Es ist schön, dass ich für den Rock die Mundart zu schützen durfte. Es ist etwas, das ihm niemand nehmen kann. Ja, das glaube ich auch. Und äh, sogar das Sterntaler Album krusert ja auch im Weltall. Ah ja? Ja. Ja. So in der Sonde der Schweiz, wo alle wichtige Sachen von von uns waren, von den wichtigsten Leuten, ich meine, wichtig ist einfach, dass man die, wenn man das mal findet, das kann zurückverfolgen. Das ist für mich eine Freude einfach. Eine kreative Freude. Ein super schöner Gedanke, Dass das im Weltall umschweift. Ja. Und vielleicht, ich weiss zwar nicht, ob man es dann einmal, die CD kann hören. Das weiss auch nicht. Irgendwie wäre sie sicher eine Möglichkeit, das zu hören. So in 300. Natascha, ich gebe dir gerne ein paar Sätze. Und ich möchte einfach, dass du etwas dazu sagst. Ja. Ich wäre so gerne. Jetzt mit meinem Schätzchen an einem Strand. Niemand weiss. Ähm, die kleinen, süssen Geheimnisse. Zusammenhaben? Das ist ganz, ganz wichtig. In jeder Beziehung. Keine Grenzen? Äh, du siehst, wir haben keine Grenzen. Nein, es ist ein Grundgefühlteichen. Schon von mir. Ich bin viel mutiger. Also, ich tue viel mutiger, als ich bin. Das ist etwas wie Charakter. Oder ich denke, manchmal selber, ich mache Zeug schon, wenn ich noch gar nicht weiss. Kann ich es denn wirklich? Aber schon oft hat man das dann einfach, weisst du, wenn man dann muss. selbst, ich tue mir manchmal selber ein bisschen fallen stellen, was ich nachher muss. Vielleicht ist das auch ein bisschen... Das verstehe ich gut. Weisst du, was ich meine? Das verstehe ich sehr gut, ja. Ich weiss, es ist gerade schwierig, Das verstehe ich sehr gut. Weisst du, ich spüre, ich muss etwas sagen, auf meinem Team. Und dann denke ich, wie will ich das überhaupt? Wollen wir das machen? Aber wenn ich es mal gesagt habe, ist es wie schon da. Und dann kann man darum umbauen. Genau. Kann man ja sagen, Natascha, dass deine Songs eigentlich immer eine so etwas Verarbeitung deiner Geschichte sind. Darum habe ich diese Titel herausgenommen. Ich habe gedacht, dass sie ja immer wahrscheinlich die Punkte in deinem Leben Liebe bekommt und Liebe geht oder was hat sie mehr als ich. Das sind ja wahrscheinlich alles so Lebenserfahrungen, die du in Musik verarbeitest. Unglaublich. Und ich glaube, darum kann sich auch Songs dann berühren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ausschliesslich jeder Song direkt von mir etwas zu tun hat. Banderas, einer meiner grossen Hütte zum Beispiel, hat eine Frau neben mir erzählt, wo wir beide beim Coiffeur waren, ihrer Coiffeuse. Und erst ein paar Tage später dachte ich mir, es ist einfach der Pörner, was sie dort erzählt hat. Und ich nehme natürlich auch viel, was Leute so erzählen. Weisst du, als Grundlage. aber ich denke, jeder, der ein Buch schreibt oder selbst Texte schreibt, du weisst, Texte sind für mich ein Glück, Texte. Ich liebe Texte. Ich kann dir ewig an einer Zeile rum teichen. Oder ich sage dir, was hat sie mehr als ich, zum Beispiel, ein kleines Beispiel. mit ganz wenigen Worten in einer Popform eine Aussage zu machen, die jemand nachvollziehen kann. Und Thie steht in einer Zeile, wo er die Tür zuschlägt. Eine Tür macht wie eine Klapf, sagen wir Band. Das hat eine Entrüstung gegeben. Ich habe eine riesige Post gehabt. Es ist ein richtiger Shitstorm. Ich singe in einem Song. Es sei ein Klapf. Einfach als Gesicht. Für mich. Das ist überhaupt nicht. Es ist die Tür, die zu ist gegangen. Man hört sogar, wie die Tür zuschlägt. Aber wie die Leute jeden Text mitnehmen. Für mich ist das Gedicht zu lesen. Ich glaube, es gibt keinen Abend, wo ich ins Bett gehe, ohne meine Gedichte zu lesen. Also nicht meine eigenen, sondern Leute, die ich bewundere. Welches ist denn dein Lieblingssong? Das ist ganz schwierig. Für mich ist Sorry einer von meinen absoluten, immer wenn ich ihn im Radio höre, oder Start Claro. Für meine Karriere, von den wichtigsten, die ich einschätze, der Grund, weisst du, der Beton-Pfeiler hat gemacht. Das ist sicher Solli, Solli nicht. Solli, Solli nicht. Das ist auch in den letzten Sekunden passiert. Einfach vier Tage, bevor sie das Album abgeschlossen haben. Beim Imago Album habe ich gewusst, ich habe noch keine Heut. Ich habe es einfach gespürt. Und dann sind wir zuerst mit dem Rossi durch den Wald in den Sommerabend und gehen einen Kaffee trinken. Und dann sagt, meine Freundin, der mit dem Rossi ja ganz lange der Fiore hatte, einen belgischen, wunderschönen Sommerrap, sind wir noch durch den Wald geritten. Und dann drehen wir so um, das weiss ich noch, wie es gestern wäre gewesen. Und dann sagt, die Katti, er sagt so, du Natascha, Solli oder Solli nicht. Weisst, wir sind so durch den Wald oben, er sind durchgefräsen. Mit der Rossi. Und dann, weisst du, das läuft mit mir wie kalt durch den Rücken ab. Danach so die Zeilen. Und schon wenn ich eine Zeile habe, so bringe ich meine Produzenten zum Wahnsinn. Ich habe schon das Gefühl, wenn ich den Kern habe, weisst du, die Zeile, wo ich meine Hühnerhaut bekomme, dann weiss ich, der Rest ist Arbeit. Dann muss ich am Morgen am 8 Uhr an Schreibtisch, Strophen, Pré-Refrain. Aber wenn ich den Kern, wenn ich weiss, dass es mich berührt, dann... Dann kannst du es wie irgendeine Summe bauen. Genau. Und weisst du, dann bin ich relaxed, dann weiss ich, ich habe Stress, wenn ich diesen Kern, den Mittelpunkt nicht habe. Das ist übrigens das Gleiche mit dem italienischen Song, gell, mein Mann? Ich habe gesagt, Natascha, ich vermisse dich, das ist ja mein schweizerdeutschen Titel. Ich habe alle gesagt, der hat ja gar keinen Refrain. Dann habe ich allen gesagt, der hat gesagt, hey, der Pré-Refrain, der Typ, wenn du das nicht auf die Ausstelle bist, wirst du stehen. Und die italienischen Songs lieben sollen. Ich bin ja der grösste Fan von italienischen Songs. Voilà. Punkt 10. Super. grossartig. Natascha, ich glaube, wir können noch stundenlang in diesem Flugzeug sitzen und stundenlang noch über deine Geschichte sprechen und philosophieren. Eines, was ich weiss, ich habe keine Sekunde überlegen, soll ich oder nicht. ich gebe meinen Gästen immer ein Herz als Symbol. Oh, ist das schön. Das ist übrigens vom Arbeitsheim in Wangen bei Dübendorf. Das sind Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung, die diese machen. Ah, schön. sehr schön. Ich schenke dir mein Herz mit ganz viel Liebe und ich hoffe, dass du das bei dir freist. Was würdest du reinbrennen, vielleicht nicht nur für dich, vielleicht für die Menschheit, vielleicht auch etwas, was man in alle verschicken müsste, was man dann vielleicht in 100 Jahren wiederholen würde, im All und dann würde das Herz kommen, was müsste drinnen stehen, was würdest du reinbrennen, was für die Ewigkeit soll sein. From Natascha with love. Ah. Danke vielmals, dass wir hier sein durften. Und dir ganz, ganz viel Erfolg. Und ich bin sicher, wir gehören noch ganz viel von dir. Alles Liebe, alles Gute. Und jetzt, weil ich meine Tasse nicht mehr habe, mit diesem München drauf, wäre ich extrem dankbar in diesem München hier auf meiner Backen. Auf einer schon so schönen Backen. Super. Ich hoffe, wir sehen es. Stimmt, wir sehen es. Sehr schön. aus einem Rhythmus, der mich in diesem Moment voll prägt. Ich habe gerade gewusst, etwas passiert, und weiss nur noch nicht genau, was. Und meistens sieht man désonant. Mehr Glück als Verstand, und gibt es nichts plötzlich. Zürich ist zu. Und das war es von Einfach Mensch. Heute mit Natascha. Sie fliegen jetzt ab nach London. Wir fliegen jetzt wieder zurück. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder, wenn es wieder heisst Einfach Mensch mit einer spannenden Geschichte. Heiht Sorge zueinander. Bis zum nächsten Mal.